Jo Leute und dann willkommen wieder zurück zu Spud Challenge mit Flash Jaha Und der Flash Nein Ja Und ich weiß meine Koordinaten endlich Ja, weil er geguckt hat Mein Cheater Wenn ich voll in die andere Richtung laufe, egal, ich weiß ja meine Koordinaten jetzt Dann kann ich ja weiter suchen Neun Stück, ne acht Stück auch hier nur Ach du Scheiße Dann können wir auch eine Endertruhe machen und dann haben wir das nächste geschafft Dann fehlen auch nur noch fünf Ziele, ne? Ja Ich bin ja echt mal gespannt, wer von uns die schneller ist Na gut, ich hab den Vorteil, ich hab eine Folge weniger Muss man dazu sagen Vorteil? Warum ja Oder Nachteil Ne, es wäre ja ein Vorteil Wieso? Wenn du 50 Folgen für 30 Ziele brauchst, sagen wir mal Und ich brauch für 49 Ziele Also für die 30 Ziele 49 Folgen, bin ich ja schneller gewesen Ne? Ja Kommt drauf an, in welche Folge ich dann mit einmal noch zwei schaffe oder so Na gut, also Weiß man ja nie Ne, da hast du recht Weißt du, das geht meistens schneller als du gucken kannst Jopp Ich sag, wenn ich jetzt recht Du hast ja auf der Wanderschaft gemerkt von mir Ja Hast du ja gefunden aber alles Also wenn ich jetzt die Katzen finde, dann hab ich das Ziel und dann ist eigentlich nur noch Ab ins End Ein Beacon bauen Beziehungsweise den Wieser noch besiegen Und dann hast du da löst Ja, aber dafür brauch ich auch erstmal so ein Looting-Schwert, echt Ja, Looting-Schwert ist auf jeden Fall besser Mhm Ja, aber sonst dauert das viel zu lange Du kackst dir dabei nen Ast ab, ey Ja Ich kack mir nen Ast ab Ja, du kackst dir nen Ast ab Warte, aber ich mach mir erstmal ne Workbench Boah, ich hasse das, Obsidian abzubauen, ne? Ehrlich Dafür hab ich ne Effizienz-Spitzhacke gehabt Ja, ich hab keine Verzaubert die jetzt auch nicht Ich brauch die EP ja Armer kleiner Junge Du was brauchst denn die EP für nen Schwert? Ja Du kriegst ja eh wieder ne Mist draus Mhm, glaub ich nämlich auch Ab und zu irgendwie die Schweine lecken hier Oder die Monster allgemein, wenn ich die töte Ja ja, hätt ich jetzt auch gesagt Ich glaube die NASA ist wieder am zugucken Bestimmt Die NASA soll ja irgendwie was auf dem PC installieren können Ohne dass du's mitkriegst, ne? Ja, sollen sie mir nruch machen Hast du das schon mitbekommen? Ne, die hatten irgendwie auf welche PCs was drauf installiert gehabt schon Auf PCs Ja, sie sollen das irgendwie hinkriegen ohne dass man das mitkriegt Ja ja, sollen sie mir machen Finden sie meine ganze alphabetische Ordnung von den guten Filmen Was? 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 Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Welche? Ach ne, du bist ja bescheuert, das stimmt ja Nein man, hallo? Also trau ich dir das echt zu, ehrlich Hast du nen Knall? Ne, du hast nen Knall Pumeluf pc Pumeluf angeblich ja das ist ein mythos oder ein fakt ich weiß es nicht oder schokolade ich bin ja mein hund geschlagen auch und er warum gehst du immer ein gefecht rein ach der springt immer dazwischen wenn die tiere schlägt wenn du tiere schlägst oder so will er der hunde auch die töten das ist das blöde portet sich dahin und dann ja freude ich hatte ich schon gehabt ich weiß nur noch fünf aber jetzt ist gleichstand du musst womit ich noch angeln boah wenn du jetzt clownfisch hast hast du natürlich eins mehr ja das ist natürlich dann nicht gut boah mein inventar ist ja voll voll der redstone voll der redstone und stein es ist nicht wahr ich finde nur diese ollen dinger mit pilzer habe ich irgendwas falsches eingestellt oder so ja das ist einfach nur zu doof einfach ganz weit geradeaus nur geradeaus nur geradeaus ich laufe immer diagonal ich bin immer nur ganz schnurtrag schnurstracks geradeaus sprachfehler fdw schön schon wieder sprachfehler fdw schnurstracks geradeaus das wollte ich gerade sagen und was nicht unterbrochen war schnurstracks geradeaus schnurstracks und so habe ich das endlich gefunden ja ist ja gut auch so voll wasser da bin ich einfach nur ein bisschen nach vorne gelaufen ist ja gut herr santos fick dich fleisch fick dich selber nein hohohoho du bist Pummeluf 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 du bist Pummeluf ja du bist Pummeluf 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 natürlich wäre jetzt auch schön wenn ich das Portal finden würde Egal ich laufe erst massuated weiter ich habe ja genug Nahrung mit trotzdem bist du schlecht Nö. Ach nein trüf alter das war mein Ohr Das war gar nicht so laut aber naja doch das war etwas laut Herr von und zu iği auch Kühe , Kühe, Kühe, Kühe Kühe machen Mühe cooper alter Hund wie kann man so dumm sein und Kaktuswain Laufen Du würdest da auch rennen? Nein, der ist farbig markiert, der Kaktus. Ja, würdest du da auch rennen? Mir kann das nicht passieren. Der ist farbig markiert. Trotzdem rennst du da rein. Nein. Hey, warum? Deswegen bist du jetzt ruhig. Nein? Nein. Doch. Komm Hund, wir gehen weiter. Ja. Wir suchen deine besten Freunde, die Katzen. Mau. 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 Hahaha. Du hast gelitten, ey. Geh mal lieber einen Clownfisch angeln. Mau. Genau. Wuff, wuff, wuff. Achso, du angelt schon wieder eine Folge. Eine komplette Folge lang. Nö, nicht wirklich. Und erreichst dennoch nichts? Ach komm, ich auch. Ja, wie war das mit... Das ist ein Erfolg, ehrlich. Aber der ist geil. Der ist kacke. Und dazu hast du ja noch so eine geile Angel. Ja, aber irgendwie bringt dir auch nichts. Ne, jetzt gleich so Schwupp Clownfisch. Wär schön, ja. Habe ich den Sattel eigentlich mitgenommen? Ne, natürlich nicht. Schade. Ne. Toll, ich sehe wieder ein Dorf. Ja, genau. Ich habe auch nicht genug Dörfer gefunden. Ne, hast du auch nicht? Und ich hab einen Bogen geng temps. Yeee aka. Bestimmt so einen schlechten Bogen. Ich kann ja noch... Ich geh mal schlafen. God'Nacht. Ohh. Da hat es noch nicht. Du kannst noch nicht. Du kannst noch nachts schlafen. Legelelelelelal. Centos, du kannst du nachts schlafen. Legelelelelnap. Oh, Karotten sind immer gut. Und du bist schlecht. Oh, jetzt geh doch endlich schlafen. Geh doch. Oh, Karotten. Karotten, Karotten, Karotten. Und die Villager. Toll. Hab doch gelitten. Ja, eh, oh, eh. Neun Minuten, eh, oh, eh, oh, warte mal. Oh, warte mal, drauf streiten, ey. Wenn ich jetzt einen Sattel hätte, wäre ja auch geil. Auf dem Bogen. Sattel. Verwechselt das immer. Scheiße. Ich glaub fünf. Was denn? Nix, schon gut. Hab selbst schon ein Gespräch gefällt. Ach so. Und wieder das Brachfehler FDW, äh. Alter. Alter, 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 Alter. Alter, 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 Alter. Alter, weißt du was? Hä? Vielleicht zehn Minuten. Alter. Ich weiß. Und ich muss das Licht mal ausmachen, das blendet mich voll, das genervt. Alter, wir müssen ganz viel Alter sagen. Alter. Dann können wir so überreden wie Blacky, Alter. 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 Jetzt hör mal auf, das zu sagen. Ich wusste schon... Ich wusste schon, wo du hinaus willst. Ja, Alter. Ich kenn deine schmutzigen Gedanken. Nee. Kannst mir nicht in den Kopf gucken. Doch. So, jetzt gehen wir mal... Nein! Jetzt hab ich... Ja, genau. Screenshot wird gespeichert unter. Wen interessiert das? Hahaha. Hast reich gedrückt? Ja. Oh. Stell dich mal nicht so an. Ehrlich. Oh. Ich müsste mal schlafen gehen. Hast du mal eine Thumbnail gesehen? Aus den drei Screenshots? Ne. Hab ich mit diesem fliegenden Baum den Hund und so gemacht? Ne, hab ich leider nicht. Boah, die Leute halten uns auf jeden Fall für richtig bekannt. Ja, dich. Und dich? Obwohl alle Leute, die uns abonniert haben, die müssen auf jeden Fall einen Knacks mithaben. Weil uns zu ertragen ist schon schrecklich. Aber wenn die nicht einen Knacks weg hatten, so haben die jetzt einen Knacks weg. Ja. Boah, diese Musik, ne? Na, na, na! Na, na, na! Oh, wenn ich dir fad jetzt toll, jetzt weiß ich nicht welche Nummer das ist. Angeln ist so schön, ich dreh mich um kreis. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ich hasse das Wangen. Na, 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 na. Ach ja, die Musik, ey, ist es. Man lässt sich von der Musik auch ein bisschen ablenken Ja, das ist normal Aber es ist ein bisschen besser, als wenn du nur die Quatsche hörst Ja, ist auch recht Oder überhaupt, vielleicht auch wenn du alleine auch mal Das ist viel besser, als wenn du nur die ganzen Minecraft-Geräusche hörst Ja gut, die habe ich sowieso immer niedrig Ja Man soll ja meine zarte Stimme hören Eine zarte Stimme Hallo, ich bin die Elke Wasser Und ich bin Adolf Du magst Schnittlauch? Schnittlauch Toll, schon wieder Pferde Schnittlauch, Schnittlauch Zwölfeinhalb Minuten Und ich habe immer noch kein Dschungelbiom 5000 Folgen Dschungelbiom suchen Hier ist doch ein Fehler in der Matrix Und eine Million Folgen Um Ending Kloppisch zu angeln Und ich ziehe die Angeln schon ein, bevor du anbeißt Cool Jackpot Jackpot Ich hätte so gern Pferde mitnehmen können, aber nein, man kann sich ja keine Sättel kräften Man, gib mir doch einfach mal ein Dschungelbiom Sorry Leute, aber meine Arbeit macht mich im Moment voll bescheuert ehrlich Ach komm Sitzst du mal den ganzen Tag auf dem Arsch Und kontrollier was Das ist doch voll Chili-Milli Besonders bei beschissenen Stühlen Würde ich mir ein Kissen von zu Hause mitnehmen Nee, ich darf merken Schwein Wie ein Komplettner und so Ah Muss man sich doch extra umziehen Ach ja Schwein, Schwein, Schwein Und 14 Minuten Yay Cool Und ich habe schon Nee, ist ja auch noch nicht Jetzt Ich finde nur dieses Biom mit diesem Dunkelholz-Eichen-Zeug und den Pilzen immer drinne Cool Aber kein Dschungel Kann doch sein, dass du im Kreisrennst Ja, das ist doch Hallo, das ist doch blöd Ich hätte was so heftig, wenn du im Kreisrennen würdest Nein, im Kreisrennen tue ich nicht Cool Finde ich schade Leider Ich nicht, aber ich finde es schade, dass ich kein Dschungelbiomen hier finde Boah, ich bin die Weste gefangen Angeln wieder Ey, und das ist auch noch so groß Einen Fallge muss auf jeden Fall sein, dass ich nur angle Tick-Tack-Mach die Uhr Tick-Tack-Mach die Uhr Ne Schlucht Tick-Tack-Mach die Uhr Kein Klarnfisch Tick-Tack-Mach die Uhr So Leute, dann würde ich aber schon mal sein, dann Bis zum nächsten Mal bei Challenge Ciao, ciao Tschüss 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 Tick-Tack-Mach